Hallo, das ist mein Bruder Aaron und das ist meine Schwester Sonja. Wir drehen heute für euch 10 Arten von Zwillingen. Wir sind nämlich auch Zwillinge. Ich hoffe, unser Video gefällt euch, denn es hat ziemlich viel Arbeit. Dann geht's los. Hey, das ist meine. Was machst du mit dem? Aber ey, du, die haben echt meinen Geburtstag gekonnt und die darfst du nicht essen. Die haben ewig gekonnt. Hast du das verstanden? Hey, wieso? Ich sag's ja. Du, jetzt du, jetzt lass mich gehen. Ich bin zum Geburtstag gekommen, du. Jetzt geh. Du kleiner, du bist kleiner. Hallo. In der Schule heute Morgen habe ich dich gesehen. Ah ja. Gehst du dir heute gut in der Schule? Ja, sicher. Ich hab dir noch was mitgebracht. Magst du die? Ich mag sie, aber ich... Im Moment, es tut mir sehr leid, aber ich fass den Moment. Oh, ja. Ich habe die dafür... Ist das schon in Ordnung? Ja, ja. Ich hab dir dafür was mitgebracht. Ich... Ich hab die heute magst du so gerne. Ach, das ist dein Herz, doch. Das ist zu nett von dir. Aber vielleicht möchtest du ja ein bisschen von diesem Herz. Ja, ich hab's hier. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Kannst du mir vielleicht ein bisschen helfen? Ja, sicher. Und zuerst müssen wir unsere Hausaufgabe machen. Was hast du? Ach, ich hab nur diese... Na, aber du könntest mir vielleicht ein bisschen... Könntest du da noch... Muss ich eigentlich fast mit dir helfen? In dieser Rechnung... Also... Müsstest du das machen? Ja. Ich muss. Hi, ähm... Wo meinst du bist du? Ja, hi. Wir treffen... Ich bin jeder beste Fußballer. Ich kann keiner schlagen. Ich zieh an, dass ich Tricks... Ähm... Solche Tricks, da kann keiner, ey. Ja. Was machst du? Ich bin jeder beste Fußballer. Mich hat keiner, ähm. Wie kannst du noch jeden Tag so was machen? Okay. Das ist so ein anderer. Das ist doch viel besser. Was ist das für eine Sommerrei? Ich! Du! Was machst du? Äh! Ein Apfel! Äh! Äh! Was machst du nur? Du bist mein scheißlichster Bruder, den es gibt. Und ich halt sowieso auch nicht schaue, du! Oh, du nervst! Auch ein bisschen fälliger, gar nicht noch ne Figur. Oh, du nervst! Ich hab' den nicht geschickt. Und ich hab' den nicht schaue. Oh! Und das macht er schlecht! Da bist du wieder! Der kommt voll ins Glück! Ja, hallo! Hi! Ich hätte nicht gedacht, dass du mich anrufst. Ich hab dich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Was willst du? Echt jetzt? Wir wissen, Eva knallt. Oh Gott. Er ist so niedlich. Wirklich? Und du wolltest mir das sagen? Ich muss ja unbedingt das zeigen. Schau mal, ich hab das neue Topmodemagazin. Ja, super. Das ist so cool. Das sind so coole Sticker. Das sind die geilsten Sticker ever. Und da drinnen sind so Karten dabei. Die hab ich schon rausgeholt. Und da sind Trends nur drinstehen. Die sind so obercool. Und dann ist da noch so eine coole Freundschaftsgeschichte. Die ist so süß. Da gehts weiter. Schwester, darf ich dir was sagen? Was willst du? Ich will, dass du mit mir Fußball spielst. Fußball spielst. Es gibt internationale Frauen. Was ist das für Jungs? Es gibt internationale Frauen. Auch wenn es für manche irgendwelche Frauen, komische Frauen oder spielen. Ich bin nicht zu einer. Dann kriegen wir alles. Auf keinen Fall. Dann ist mir zu lernen. Das ist mein Englisch. Guter Herz. Was? Ich muss dir das zeigen. Schau mal. Ich hab gedacht, dass du ein bisschen geschwitest. Wenn ich so lange bin. Jetzt wird sowieso nicht lange. Aber ich bin nicht verstanden. Also. Ich mache jetzt shoppen. Und ich habe so eine Bodylotion gekauft. Von Naturkosmetik. Das ist Lemma und Papaya. Ja, super. Ich habe übrigens den N. Lebo. Und Papaya. Ich hoffe unser Video hat euch gut gefallen. Uns hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und dann. Tschüss.